Hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ich muss mich entschuldigen. Ich muss parallel den Verband hier auftrimmern, damit ich den nachher wieder auf die Hand draufkriege. Für mich ist immer noch keine Zeit vergangen, aber ich habe den Verband falsch dran gehabt. Und meine Hand und überhaupt. Und ihr wisst schon. Mich hat es um die Tür gewickelt. Ihr wisst ja noch. Ja, auf jeden Fall. Ich habe euch heute mal wieder eine Geschichte aus meinem Leben. Geschichten aus dem Leben von Elena. Es gab mal diese Serie, die ist Geschichten aus der Kruft. Weißt du noch? Könnte man auch meine Lebensgeschichte so nennen. Geschichten aus der Zimmerkruft. Ja, auf jeden Fall. Erstens, wie ihr seht, man kann mit einer Hand, wenn man es echt langsam macht. Nach so drei Wochen kriegt man richtig Übungen. Da kriegt man fast alles mit einer Hand hin. Das ist echt beeindruckend. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Sondern ich wollte euch eine Geschichte erzählen. Ich war mit meiner Mutter vor einiger Zeit einkaufen. Ich weiß nicht, wann es war. Entschuldigt. Ich glaube vorletzte Woche, oder? Letzte? Keine Ahnung, was du erzählt hast. Die Sushi-Geschichte. Ja, letzte Woche. Letzte Woche. Ja, voll egal. Ja, meine Mama. Ich habe ein bisschen mehr Empathie für das Sushi. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich beim Edeka Nori-Blätter entdeckt habe. Und die habe ich dann halt so gesehen. Und dann habe ich die irgendwie in dem Moment in meinen Korb reingepackt und auch bezahlt und alles. Aber habe dann voll verpeilt, dass ich die überhaupt gekauft habe erst mal. Und dann war ich zu Hause. Dann habe ich die ausgepackt und habe so gedacht, oh, okay. Dann habe ich überlegt, okay, was mache ich jetzt damit? Und dann war die Entscheidung eigentlich recht schnell getroffen. Ich mache Sushi. Also, ich fix meiner Zweitmutter bei Bett geschrieben. Mami, machen wir Sushi? Und wir haben dann am Telefon ewig überlegt, wie wir das machen. Ich habe überlegt, ob wir uns ein Sushi-Set kaufen. Dann waren wir irgendwann am Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir kaufen uns ein Sushi-Set. Aber das Problem am Sushi-Set war halt, dass das erst in drei Wochen angekommen wäre. Ne, ich glaube sogar noch länger, ne? In drei Monaten war es. Drei Monate, nicht drei Wochen. Drei Monate waren es. So war es. Ja, Mensch. Hör auf, Mama. Auf jeden Fall. Aber haben wir dann aber gesagt, okay, wir wollen es trotzdem probieren. Und wir gehen halt in den Tina-Laden bei uns in der Stadt. Und da sind wir dann hingegangen und haben dann da eine sehr gute Beratung bekommen. Das war echt top. Ich kann ihn nur weiter empfehlen. Das war... Das passiert immer wieder, wenn ich die Geschichte erzähle. Oh, Sekunde. Okay, ich kann wieder weiter. Und er hat halt uns empfohlen, welchen Reis wir nehmen sollen. Hat uns die Matten dazu gegeben. Hat... Das ist echt schlimm, aber... Ja, aber wir haben die ja in dem Moment nicht dabei gehabt. Wir sind dann auf jeden Fall in den Laden gegangen und der Verkäufer hat gemeint, man braucht mindestens zwei Päckchen Nuri-Algen. Sonst funktioniert es nicht. Und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt die Algen, die ich daheim hatte, nicht mit. Weil es eigentlich geheißen hat, wir machen Pommes. Ja. Im Nachhinein hätte ich die Pommes doch lieber gehabt. Dumm gelaufen. Ja, auf jeden Fall sind wir dann noch schnell zu einem Markt und haben uns ein bisschen Gemüse geholt. Kein Fisch, weil ich bin ja Vegetarier. Ihr wisst schon. Und ähm... Ach ja, übrigens. Voll der Fun-Fact noch so am Rande. Der Verkäufer vom Chinashop, den habe ich dann nochmal gefragt wegen meiner Nissan Soba-Nudeln, ob das denn wirklich was dieses Hühnerpulver ist. Und er hat dann gemeint, ach, das kann man auch so essen, auch als Vegetarier. Das ist ja nur so ein Aromastoff. Das ist ja gar kein Problem. Und jetzt das auch für dich nochmal machen. Ja, jetzt habe ich gestern Nacht auf einer Internetseite nochmal recherchiert, die Inhaltsstoffe analysiert auf, ist es vegetarisch, ist es nicht vegetarisch, vegan, glutenfrei und sowas. Und die Nissan Soba-Nudeln sind einfach nicht vegetarisch wegen diesem Hühnerfleischpulver, weil da echt Hühner verarbeitet werden. Mhm. Also, das dazu. Ja, also für alle, die da auch nochmal drüber wissen wollten, es ist wirklich nichts für Vegetarier. Ja, auf jeden Fall sind wir dann nach Hause und haben dann den Reis angefangen zu kochen und haben dann das Nori-Blatt auf die Unterlage gelegt. Da kommt es schon wieder. Boah. Dann haben wir alle noch eine Scheibe Brot gegessen, so mit ein bisschen Käse. Der Herr sei gepriesen für Brot und Käse. Sonst hätte ich an dem Tag hungen, wäre ich hungrig heimgekommen. Bin ich trotzdem auch, weil es war nur ein Brot noch da und das mussten wir uns dann durch Drey teilen. Das war also echt hart. Also eine Scheibe Brot. Ähm, ja. Und dann ging es so weiter, dass, ähm, dass wir dann den Reis auf dieses Lat gelegt haben. Oh, das ist echt jedes Mal. Nein, ich ziehe es jetzt durch. Für die Zuschauer, für Brace Girl. Das war jetzt mein He-Man Moment. Ja, du kennst noch den Masters of the Universe. Ah. Wieso habe ich zur Zeit so komische Gedankengänge? Ja, stress mich nicht. Ich bin kein D-Zug. Ich bin nur, ich habe nur eine sehr schnelle Gosch, aber so schnell auch nicht. Okay, also auf jeden Fall haben wir dann das Gemüse auf den Reis gelegt und haben es dann eingerollt. Und wir haben uns richtig wunderschön, ähm, dazu habe ich einen O-Long Tee gekauft. Sehr japanisch. Ne, es ist chinesisch, aber egal. Sehr geschmackvoll. Und den haben wir dann auch noch so gemacht und haben den halt ziehen lassen und alles. Und ja. Und dann haben wir das Sushi probiert. Und ich sag euch immer, im ganzen Leben habe ich noch nie sowas Widerwärtiges gegessen. Ich weiß nicht, ob es dann Sushi an sich liegt oder so, aber diese Algen... Es hat nur nach Alge geschmeckt. Man hat nichts anderes geschmeckt. Und die Alge war so eine Mischung aus Ledersocke, Kaugummi, Spinat zwischen den Zähnen und fauligem alten Schuh. Ja doch, das trifft es echt gut. Das ist auch eine gute Beschreibung, oder? Wie oft isst du so wie die Alge schon? Wenn du kochst jeden Tag. Die Vorlage hätte ich mir, die musst du gut überlegen. Also... Man hat das schon mal an so einem Schuh gerochen. Und wenn jemand da dran riecht, hat man noch richtig schönes Aroma im Mund. So meine ich jetzt das. Und deine Nudis sind trotzdem super. Habe ich mich irgendwie... Habe ich den Kopf aus der Schlinge? Nein. Ich habe es befürchtet. Aber die Vorlage hast du mir jetzt gerade gekämpft. Ja. Auf jeden Fall. Es war echt gräußlich. Es war gräußlich, dass alles zu spät ist. Und so... Furchtbar. Und dann haben wir nochmal versucht. Und zwar ohne das Nori-Blatt. Nur den Reis und die Füllung. Und... Ja... Es war einfach dann... Die Luft war raus. Die Luft war einfach raus. Das hat man auch nicht viel besser runter bekommen. Ich habe dann auch alles, was man dafür braucht, mit nach Hause bekommen. Also... Und als ich dann... Also die Nori-Blätter haben wir dann direkt weggeschmissen. Und ich habe die, die ich zu Hause hatte, auch weggeschmissen. Weil es einfach nicht gegangen ist. Es ging nicht. Und... Es ist ja nicht so, dass ich sage, dass Sushi an sich schlecht ist. Aber das, was wir probiert haben, mit den Blättern, die wir probiert haben, war einfach nicht gut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr gutes Sushi gibt. Und ich würde es auch mal probieren, wenn ich es dann irgendwo mal sehen würde, wo es gute Sushi gibt. Ohne Fisch. Weil ich ja immer noch keine Fische esse. Weil ich Fisch nicht mag. Eigentlich voll der blöde... Eigentlich voll der blöde... Eigentlich die voll blöde... Grund... Grundsätzlich immer der blöde Startpunkt. Wenn du da stehst und sagst, ich mag keinen Fisch. Und dann Sushi essen willst. Was ja eigentlich ein Fischgericht ist. Ja. Das fällt mir jetzt gerade erst so auf. Ja. Kann ich was? Ja. Wahrscheinlich hätte die Algen auch gar nicht so intensiv geschmeckt, wenn der Fisch drauf gewesen wäre. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Es war furchtbar. Es war grauenhaft. Wir haben uns da irgendwie auch noch den Magen dran verdorben. Und sind dann da zu dritt gelegen und hatten Magenkrämpfe. Und es war auf jeden Fall übel. Das kann ich nicht weiter empfehlen. Und ich werde jetzt mein Video hier beenden, weil ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gleich wieder... Was für Sushi gerade nochmal wieder kommt. Und ich muss zugeben, seit diesem Tag, jedes Mal, wenn irgendjemand das erwähnt, habe ich so ein ganz übles Gefühl in der Magen gegen. Sagen wir es jetzt mal so. Ja. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal versucht habt Sushi selber zu machen. Oder wie es für euch war. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben. Oder eine E-Mail an die bell. www.outlook.com Ist doch Punkt Outlook, oder? Oh mein Gott. Ist jetzt auch egal. Es steht eh in meiner Beschreibung. Alles nochmal. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, nicht zu speien. Und ja. Wir sehen uns dann. Bis bald. Tschüüüüü!